Freunde, heute spielen wir Zungen-Battle mit zwei Abonnenten, Kennex und Lyrix. Ey Leute, wollt ihr Stress? Dann nehmt meine Zunge im Pool. Ey, was soll das? Nein, 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 nein. Ich glaube, man kann hier sogar seine Zunge upgraden. Freunde, wir spielen heute den Zungen-Battle-Simulator. Ja, wir können einfach mit unserer Zunge... Oh, warte mal, ich habe nicht mehr viel Leben. Da unten steht meine Lebenanzeige. Oh, komm her, ich attacke die andere. Ich attacke die dort vorne. Komm her, komm her. Und da. Nein, 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 ich renne weg, ich renne weg, ich kriegst du nicht. Oh nein, ich bin gestorben. Du warst das. Du hast mich getötet, Bro. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Bro? Du hast mich getötet. Du wirst doch, ey, du wirst doch deine Rache bekommen. Guck mal, ich kaufe hier vorne, ich kaufe hier vorne ne neue Zunge. Oh, warte mal, ich kann das nicht. Ich muss in der Lobby das machen. Aber, ja, bumm, nimm das. Ey Leute, man kann Coins sammeln und damit kann man krassere Zungen kaufen, so Metallzungen und so. Oh, der gibt mir Kombo. Komm her, ich muss das 1 Kill machen. Ich habe nicht 1 Kill bisher gemacht. Habt ihr, ja, Kennex hat mit mich gekehlt. Oh, ich habe einen Kill gemacht. Let's go, ein Profi. Äh, ich kriege deinen Ernst schon wieder, ey, du schon wieder, Alter. Jetzt komm her. Diesmal kriege ich dich. Diesmal kriege ich dich, komm, Alter. Ey, Junge, hier ist einer Fortnite. Der nimmt mich, hopps. Hier ist ein Fortnite-Drache. Wie hat er das gemacht? Aua. Was hat er mit mir gemacht? Hey, hier gibt es einen Super-Tacken und sowas. Guck mal, was macht er mit mir, Leute? So ein bisschen ist das. Okay, einen Moment, ich muss hier vorne. Okay, ich kaufe mir die Mülleimer-Zunge. Boah. Leute, ich habe jetzt eine Mülleimer-Zunge. Habt ihr die auch schon? Nee, ne? Habt ihr nicht, oder? Ich habe jetzt keine normale Zunge mehr. Ich habe einen Mülleimer-Zunge. Nee, nee, ich habe noch kein Geld dafür. Damit werde ich jetzt jeden Hopps nehmen. Okay. Und... Ey, komm her. Alter, was hast du... Ey, wie hast du das auf mich geworfen? Boah, dieser Typ hat mich... Alter, der hat mich zerstört. Der zerstört mich wieder. Junge, der ist so krass, Alter. Okay, ich muss abhauen vor dem. Ich habe Angst vor dem. Junge, nein, der verfolgt mich. Nicht schon wieder der. Nein, bitte lass mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Das ist irgendein Drache oder so. Vorderdrache heißt der. Ey, okay, komm her. Ey, lass mal gegen den hier Team. Lass mal gegen den hier Team. Der ist richtig nervig aus. Man hat, Bro. Komm, ja, der hier. Der hier. Komm, alle auf den, alle auf den. Pass auf. Oh, nein. Auf ihn. Bro, was macht er mit mir? Junge. Oh, nein. Attacke. Geht auf den Drachen. Geht alle auf den Drachen. Oh, nicht auf mich. Du hast mich abgeworfen. Du hast mich jetzt mit dem Müll einmal abgeworfen. Auf ihn, auf ihn, auf ihn. Warte, ich werfe den auch. Oh, nein. Er ist nicht schwach. Auf ihn. Der ist übel krass. Ja, wir haben ihn. Komm her. Ey, nicht auf mich, nicht auf mich, Bro. Er hat Freakill genommen. Ja, let's go. Let's go. Ey, was war das, Junge? Irrelos. Okay, vor allem, was ist heute die krasseste Zunge aller Zeiten? Aber dafür müssen wir noch richtig viel sparen. Wie kann ich hier die nächste Zunge kaufen? 400 Coins. Okay, ich brauche 400 Coins. Dann kann ich mir eine blaue Zunge kaufen. Habt ihr schon diese Mülleimer-Zunge? Nee, ne? Hier, ich nehme Freakill. Freakill nämlich mit, Leute. Boah, das ist easy. Let's go. Boom. Und runter mit dir. Ich habe 10 Bounty auf mich, Jungs. Also, wer mich holt. Wow, hier ist ein Commit eingeschlagen. 10 Bounty hast du auf die... Was heißt das? Also, ist so... Ich glaube, 10 Münzen. 10 Münzen. Achso, wenn ich dich hole, kriege ich 10 Münzen oder was? Wahrscheinlich schon. Oh nein. Komm schon, ich muss das Mädchen hier holen. Aber die ist krass, Mann. Obwohl, die hat die schlechteste Zunge. Ich habe krassere Zunge. Ich muss die eigentlich holen. Komm, und ich habe sie geholt. Let's go. Und den nächsten geholt. Ich habe hier zwei hintereinander geholt. Und komm, den dritten. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, ich mache Dreierkillstreak hier. Komm, easy. Bam. Runter mit dir. Yo, let's go. Ich habe den nächsten. Ich habe drei hintereinander gerade geholt. Das war ja immer richtig free. Oh, da vorne ist Venom, Junge. Der hat voll die krassere Zunge. Bei dem passt ich lieber auf. Uckri, komm her. Nein, nein, nein. Ey, Leute, wir müssen im Team sein. Ey, hast du das Ding gemacht? Ich bin voll langsam. Auf Uckri. Ey, was? Was teamt ihr jetzt, oder was? Ey, das ist fies. Das ist fies, Leute. Hey, hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh nein. Ich habe niemandem was getan. Kadox. So, und... Oh, falsche Richtung. Ich habe keine Chance gegen mich. Ey, ich komme her. Ich hole mir eure Kills. Das ist nicht mehr viel Leben. Ich sehe das. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist nicht mehr viel Leben. Komm her, Junge. Du bekörst mir. Komm her, Kadox. Komm her, Junge. Oh nein. Ah, nein. Oh. Komm her. Ja, ich hab dich. Oh nein. Haha. Let's go. Komm her, Uckri. Ah. Bam, ich gebe dir Kombo. Ich gebe dir Kombo. Oh nein, der Fall ist wieder vor dein Team schon wieder. Weg wieder, weg da, weg da, weg da. Komm, ich hole mir den da hinten, Leute. Ich habe schon einen Vierer-Streak. Ich habe vier Kills, ohne einmal drauf zu gehen. Und den nächsten fünf Kills jetzt schon. 20 Bonds, glaube ich. Oh nein. Jungs, ihr habt keine Chance mehr gegen mich, glaube ich. Scheiße. Was hast du dir geholt? Ah. Ich bin der Kotze. Komm her. Oh nein. Oh nein. Die Kombo. Du hast mich aufs genommen. Oh nein, Leute. Jetzt haben wir... Aber ich habe jetzt genug Coins, um mir die nächste Zunge zu kaufen. Die Rückschlagszunge. Ey, die ist, glaube ich, krass. Ich hoffe mir die. Es gibt hier auch so Super-Tagen, weil der eine hat so eine Super-Tage gehabt. Wo kann ich mir das holen? Aussehen. Ah. Okay. Ah, man kann sich sogar noch... Flügel kann ich mir kaufen. Yo. Alter, wie krass. Okay, Leute. Ich glaube, ich hole mir jetzt die Flügel hier vorne. So, die hole ich mir jetzt für Robox. Leute, lasst einen Like da und Abo, damit ich mir die Flügel hier hole. Let's go. Und ich hole mir die. Alle Like, abonnieren, falls ihr das nicht getan habt. Und was kriege ich jetzt da durch? Ich habe keine Ahnung. Hey, habe ich jetzt irgendwas bekommen? Komm her, keine Ahnung. Guck mal, was ich hier für eine Zunge habe. Ich habe die blaue... Oh, du hast die auch. Nein. Du hast auch die blaue Zunge. Aber keine Sorge. Nein. Oh, was? Ja. Ey, du hast die Hops genommen. Du bist einfach ganz am Schluss noch ausgewichen. Ich habe Kanax das dann noch angenommen. Das war nicht schlecht. Nein. Guck mal, ich habe mir Flügel gekauft für 50 Robox. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Was bringt die mir jetzt? Ich glaube, du kannst die benutzen, bevor du so runterfällst. Ja, aber wo soll ich denn ausrüsten? Das frage ich mich gerade. Kanax, komm her. Ah, hier. Ausrüsten. Okay, ich habe die ausgerüstet. Aber warte mal, kann ich jetzt damit fliegen oder sind die einfach so ohne Sinn da? Aber vielleicht sind die auch einfach so da, weil die schön aussehen. Habe ich mir die umsonst gekauft. Ich glaube schon. Und komm, ich habe einen Kill gemacht und jetzt den nächsten. Bam. Ey, die hat eine krasse Zunge. Ah, habe ich wohl einen Trotz? Max, komm her. Oh nein. Ihr macht gerade ein 1-1-1 oder was? Ey, Leute. Falls ihr das immer noch auch schon mal gespielt habt, schreibt es mir in die Kommentare und schreibt mal in die Kommentare, welche Zunge ihr schon habt. Weil wir wollen ganz am Schluss die krasseste Zunge aller Zeiten haben. Und diese Zunge ist krass. Diese Zunge ist richtig heftig. Ich will das eine, die hat richtig wenig kleben. Komm schon, ich muss die kriegen. Nein, 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 nein. Komm jetzt, 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 jetzt. Ja. Nein, niemand hat die mit mir abgestaubt. Aua. Was willst du denn, Junge? Komm her. Krieg dich. Ja, noch ein Kill. Okay, komm her. Nein. Nein. Wir haben richtig wenig Leben. Aua. Ich habe 1 HP. Ich habe 1 HP, Leute. Schnell hier weg. Komm, wir sind beide wohnen, schuld. Komm her. Ja. Right. Alle Kills wurden mir einfach diese Runde abgestaubt. Können wir was für... 1 HP, no way. Leute, wir brauchen eine bessere Zunge. Wir brauchen eine bessere Zunge. Die Flügel haben mir gar nicht gebraucht. Ich habe mir die umsonst gekauft. Ich habe mir die Steinzunge gekauft. Mundzunge, Regenbogenzunge. Freischalten. We need to unlock Erde. Okay, ey, Leute. Wir müssen rein schicken. Wir kaufen uns jetzt richtig viele Münzen, Leute. Solange die, die hören mich gerade nicht. Die kämpfen jetzt davon. Ich kaufe mir jetzt richtig viele Münzen, Leute. Und dann werden wir einfach uns die krassesten Zungen kaufen. Hier für 260 Robots. Leute, alle nochmal liken, abonnieren dafür. Das wird sowas von krass, Leute. Let's go. Und schauen, ob wir jetzt die krassesten Münzen haben. Wir haben jetzt 8000 Münzen. Das ist so krass. Das ist sowas von okay. Okay, wir holen uns erstmal die Steinzunge. Dann holen wir uns die... Kanax, komm mal her. ...Zunge. Die Mundzunge. Alter, was ist das hier für Zungen? Die Erdezunge und die Regenbogenzunge. Wir können uns die alle hier kaufen. Die hier und die können wir uns auch noch die Tintenzunge kaufen. Okay, Leute. Ich teste jetzt alle aus. Lass uns anfangen mit der Steinzunge. Kann irgendwas krasses. Fähigkeit, beschwüre eine riesige Zunge vor dir und schlag den Feind vor dir, was zum Rückschluss massiven Schaden führt. Ich habe 6er-Strick, Jungs. Ich bin der Beste. Ist aber kurz vorm Sterben. Oh nein. Ich gebe nicht so leicht auf. Stangenzunge. Halte die Stunge rechts am Boden. Oh, ich habe jetzt die Tintenzunge. Alter, die sieht krass aus. Kanax. Komm her, Junge. Ich habe eine schwarze Zunge, Leute. Guck mal hier. Oh nein. Guck mal, was ich hier habe, Alter. Oh, let's go. Tintenball. Oh, was? Alter, wie krass ist der? Das ist so heftig. Alter, jetzt schenke ich erstmal. Hat ja immer Superattacken mit den Zungen. Das habe ich gar nicht gewusst. Oh, Alter, komm her, Junge. Das ist keine Schotze. Bam. Nein, was? Doch, doch. Das kenne ich. Du hörst jetzt? Oh nein. Wer ist denn? Er hat mich komplett hops genommen, Leute. Was? No way. Okay, aber egal. Ich habe noch mehr Zunge. Ey, Leute, ich habe mir gerade richtig viele Zunge gekauft. Jetzt werde ich euch richtig zerstören. Mir haben hier Regenbogen-Zunge sogar. Keine Ahnung, was die macht. Regenbogen-Irgendwas. Attacke. Komm, rein da. Leute, jetzt. Jetzt spült ihr die Regenbogen-Attacke. Und komm her, Alter. Du bist... Du, ne? Hier, bam, Junge. Und bam. Steine, Zunge. Wow. Wow. Warte, warte, warte. Und jetzt Regenbogen-Attacke. Was? Was? Alter, was mache ich mit Gegnern hier? Bam. Oh, sie haut ab. Sie hat Angst vor Uchri, dem Zungenkönig, Leute. Dem Zungenkönig. Uchri, komm her. Aua, ey. Was soll das denn werden hier? Komm, ich muss mal eine Super-Attacke machen. Ich wusste gar nicht, dass man hier eine Super-Attacke hat. Dieser Mülleimer war auch eine Super-Attacke, oder? Oh, komm her, Junge. Mit dem Regenbogen-Attackieren. Yo. Richtig weggekickt. Hier. Aua, ey. Alter, was für ein Riesen-Stein. Du hast... Oh, die Stein-Zunge. Die ist krass. Okay, die ist echt krass. Bam, komm her, Alter. Ah. Aua. Nein, 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 nein. Ich habe nicht mehr verlieben, ich habe nicht mehr verlieben. Nein. Okay. Ich wurde tops genommen. Okay, aber das ist ein Ende. Ich habe hier noch mehr Zungen, Leute. Ich muss die alle austesten. Ich habe hier vorne die Erde-Zunge. Was macht die denn? Klebe deine Zunge in den Boden und klopfe das Ziel zurück. Was? Oh nein. Das musst du austesten. Ich wurde eingesegelt. Eingesegelt? Wurdest du? Mit Stein? Ja, in seinem Pokémon-Ball. Oh nein, ich bin One-Shot. Okay, was macht hier die Attacke? Boom. Yo. Alter, die ist einfach durch die Erde gegangen. Komm her, Junge, ich kriege dich. Oh. Free Kill. Bam. Komm. Oh, der eine gehört mir. Also, ich muss noch mal die Attacke austesten. Bam. Oh, Alter. Habt ihr gesehen, wie ich ihn weggekickt habe? Bin einfach durch die Erde gegangen. Ey, das war richtig krass. Komm her. Du bist mein Kill. Dich kriege ich. Dich kriege ich. Bam. Let's go. Hab ihn. Oh, jetzt du. Junge, du hast mich die ganze Zeit eben genervt, Alter. Jetzt kriegst du eine Rache dafür. Nicht wechseln, so mitten im Spiel, das wäre schon cool. Guck mal, wie ich ihm eine Combo gebe, Alter. Ciao. Oh nein, ich wurde selber Ops genommen. Schade. Brache für Upli. Leute, ich teste jetzt doch aber alle Zungen aus. Und dann hole ich mir die finale Zunge. Die Mundzunge. Was macht das? Beschwöre Zähne, um den Feind von dir zu beißen. Ah, das haben wir eben auch gesehen. So, wir holen uns die Mundzunge. Ey, Kanak, ist hinter dir. Eins-wis-eins. Ey, mach die Eins-wis-eins. Aber warte mal, ich komme unter mich. Und der Dritte, der freut sich. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Kommt her, Leute. Hier ist Freekill. Aua. Hier. Ja, was ist denn? Wer bist du denn? Wer bist du denn, Alter? Komm mal hier, was ich mit dir mache. Hier. Jetzt stell dich ja mal komplett kanaligst. Ich mach die Eins-wis-eins. Ich komme auch, Leute. Oh, wie schnell war der gerade? Komm her, ich krieg dich. Ich habe eine viel krassere Zunge als du. Komm mal hinter dir. Komm mal hinter dir. Oh, das bist du gar nicht, du. Komm her. Bam. Runter mit dir. Oh nein. Bam. Und jetzt verschlingen, Leute. Jetzt verschlingen. Kamas, du bist so gut wie tot. Hat gar nicht funktioniert. Du hast keine Chance gegen mich, Junge. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Bam. Let's go. Da ist du, Kree. Nein. Oh, jetzt hole ich euch. Jetzt hole ich mich euch. Jetzt seid ihr meins. Komm her. Ich hab dich. Oh nein. Oh nein. Was passiert da? Ich hab keinen Chance. Oh nein. Alter. What the fuck? Was passiert da? Was passiert da? Bam. Hab dich. Ich will komplett acht. Hab dich. Und Leute, jetzt will ich einmal diesen Mund mal austesten. Komm, der muss jetzt einmal mal funktionieren. Und? Komm schon bei dir. Bam. Oh, ich habe ihn aufgegessen, Leute. Komm her. Komm her. Oh nein, ich sterbe. Bam. Und rüber da. Oh nein. Komm her, Alter. Und verschlingen. Bam. Verschlungen. Zack. Jetzt runter. Let's go. Hops genommen. Ey, keiner kann mich killen. Ich habe ja schon eine Fliererskrieg. Die grüne Zunge ist so krass, Alter. Die ist sowas von krass. Ich gewinne das hier. Die macht so viel Schaden. Oh nein. Nein. Ja. Ich wusste das. Ich wurde geholt. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, testen wir jetzt noch eine Zunge aus. Nämlich die Feuerballzunge. Aber ich habe leider nicht genug Robux dafür. Deswegen müssen wir wieder Robux aufladen, Leute. Ich kann mir eine neue Zunge holen. Ich kaufe mir jetzt nochmal mit Robux eine neue Zunge, Leute. Ist das cheaten oder ist das fair? Okay, let's go, Leute. Ich habe die Feuerballzunge. Ich bin jetzt echt gespannt, was die kann, Leute. Wir testen jetzt noch einmal aus, Freunde. Und jetzt nochmal alle Like abonnieren, dafür, dass ich so viele Robux ausgebe. Und ich glaube, die ist richtig krass. Ich glaube, die ist richtig krass. Komm, und du da vorne, du hast mich eben geholt. Jetzt nehme ich dich, hops. Boah, Feuerballattag. Was? Oh mein Gott, was ist das? Alter, wie krass ist der Feuerball? Was? Oh, ey. Oh, nicht der schon wieder, Alter. Nicht der schon wieder. Dich nehme ich, hopp. Oh nein. Komm. Nein. Nein. Komm her. Komm, Feuerballattacke. Boom, Joke. Oh, der ist weg. Wo ist der Feuerball hin von mir? Na, ich gut. Der ist weg. Zappin. Oh, daneben, Bro, du hast verfehlt. Oh nein. Oh nein. Okay, Freunde, kommentiert euren Robux-Namen schnell, falls ihr auch mal eine Folge dabei wart. Jetzt hier Feuerballattacke nochmal und... Jo, hier haben wir alle runtergekickt. Und die Stein-Säule. Schreibt euren Robux-Namen in die Kommentare und schock ich auch ein paar Runden mit euch, wenn ihr wollt. Und jetzt würde ich sagen, runter mit dem und drückt schnell auf die nächste Folge. Wow. Nein. Okay, ciao, ciao, Leute. Hat richtig Spaß gemacht.